2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ich versuche das nur zu synchronisieren, ok Hallihallo und herzlich willkommen zu einem Dual Commentary hier und Dings und so Ich habe einen Gast bei mir und ich werde ihn jetzt ein paar Fragen stellen Die er beantworten wird, neues Format, Just for Fun Hi Sharky, wer bist du? Ähm, also ich bin Shark Rocked, also ein YouTuber Ich mache auf meinem Kanal, bis jetzt habe ich immer Minecraft, Let's Plays und so weiter gemacht Survival Games Demnächst möchte ich aber unbedingt auch mal COD machen, wenn mein PC mir das dann zulässt von der Leistung her Alles klar, eine knappe Antwort Ansonsten fangen wir auch mal an mit der Fragerunde Und, ähm, erst mal Was hältst du von COD und Battlefield im Allgemeinen? Nur um da den Standort festzulegen, ja Ich spiele beide Spiele relativ gerne, auch wenn ich COD vorzuge, weil mir das Gameplay einfach lieber ist Ich mag einfach, wenn die Shooter eher etwas schneller sind und jetzt nicht ganz so taktisch Deswegen bin ich nicht so der Counter-Strike-Fern zum Beispiel Ja, und dann halt COD, Big Scopen, alles so Zeug, mit Freunden Und seitdem spielen das Spiel auch fast alle aus meinem Freundeskreis Ja, das ist bei den meisten so Warst du eigentlich auf der Gamescom? Nein, leider nicht Weil ich erstens auf der anderen Seite von Deutschlands Freund etwa wohne Und zweitens hätte ich dann gerne in den Abtei gewollt, wo Ghosts und die ganzen Spiele sind Und da der ab 18 ist, kann ich da ja auch nicht rein Das ist natürlich etwas dumm, aber Wo wir gerade bei Ghosts sind, was hältst du eigentlich vom neuen Call of Duty Ghosts? Weil die Call of Duty Leute, Activision, die bringen ja eigentlich jedes Jahr ein neues Call of Duty raus Stresst dich das eigentlich auch, oder bist du da ein eingefleischter COD-Fan? Na, also ich bin schon ein relativ großer COD-Fan und hab mir Ghosts auch vorbestellt Und ich hoffe, dass es eigentlich so geil wird wie in den Trailern und so Was mal wieder wahrscheinlich dann nicht der Fall wird, was man ja an Black Ops 2 gesehen hat Also das ist jetzt meine Meinung, ich fand ich Black Ops 2 jetzt nicht so der Bringer Naja, es ist ja, COD ist ein absolutes Casual-Game Das heißt, die COD ist dafür programmiert worden und dafür gemacht worden, dass Spieler es einfach mal so eine Stunde spielen Vielleicht ein-, zweimal die Woche, dreimal die Woche Das wurde praktisch dafür programmiert und die eingefleischten Spieler müssen da leider drunter leiden Das ist dumm Wo wir gerade bei CODs sind und Battlefield 4 ja auch neu angekündigt wurde Also das neue Battlefield 4 mit der richtig geilen Grafik Hast du da dich informiert? Battlefield 4, hast du mal überhaupt irgendein Battlefield-Teil gespielt? Und was hältst du von Battlefield 4? Und kann man die Spiele eigentlich miteinander vergleichen? Also, ja, ich habe Battlefield gespielt, Battlefield 2, Battlefield 2 und Battlefield 3 Also jeweils auf den Konsolen Geile Story, Bad Company 2 Okay, sorry, weiter Ja, ich habe es nicht weiter gespielt Ähm, na, und ich habe jetzt eigentlich noch Beta-Zugang zu Battlefield 4 Den habe ich aber, glaube ich, gar nicht eigentlich eingelöst Was mich eigentlich ziemlich ärgert Aber, nein, ich finde, man kann die Spiele nicht miteinander vergleichen Dass sie sowohl vom Grafischen her Vom Spiel Vom Spielgeschehen Von, also die sind komplett unterschiedlich Auch wenn es in beiden einfach nur darum geht Den Gegnern den Kopf wegzuballern Das stimmt Äh, wenn wir jetzt gerade ein paar Fragen sind Hier mal eine ganz, äh Persönliche Frage Was hältst du zu Hipstern? Ich Jeder kann Hipster sein, wie er will Wenn er wirklich diese Lebenseinstellung leben möchte Aber mich nennen nur, diese möchte gern Hipster Die mit ihrem Die immer halt Mainstream sind Also die denken, sie sind Anti-Mainstream Aber gehen trotzdem mit Jetzt ist der Hipster Und was kommt als nächstes? Dann gehen sie halt wieder zum nächsten Äh, und Essensfotos Ganz klar Ja, das regt uns beide auf Essensfotos Der Tod auf YouTube Und hier mal ne Auch persönliche Frage Äh, wo ich, ja Also relativ großer Fan davon bin Was hältst du von Anime? Sorry, da draußen aus dem Fenster ist gerade ein Flugzeug abgestürzt Okay, mach Ähm, naja Ich hab jetzt nicht unbedingt viel dir Also Anime geschaut Ich hab damals halt Yu-Gi-Oh! Pokémon geschaut Was wahrscheinlich jeder geschaut hat Hoffe ich jetzt zumindest mal Ansonsten haben die ziemlich viel in ihrer Kindheit verpasst Naja, Yu-Gi-Oh! Pokémon ist jetzt nicht so Solange man Elfenlied kennt, ist es nicht wichtig Kennst du Elfenlied? Äh, schon mal gehört Es ist nur mal so gehört Ich hab ansonsten immer mal so zwischendurch mal irgendwie Wenn jemand gesagt hat Das kommt ja dann vorbei ist Dann schick ich dir den Link und da schaust du dir das an Okay Also Komm jetzt zur letzten Frage Bevor wir hier das beenden Diese komische, lustige Fragerunde Und zwar Frag mich was Irgendwas Ja, okay, dann erzähl den Leuten mal Woher wir uns überhaupt kennen Achso, die romantische Fassung oder die normale? Die normale Ja, das ist ja die normale Schade, ich hab mir extra die Geschichte vorbereitet Das war so richtig So an einem lauen Sommerabend Dann unter der Weide erschossen Ja, ja, ja Vor allem Wie war das? Ich glaub, ich hab dich angeschrieben Oder du hast mich angeschrieben Und ich hab da halt keine Rechtschreibfehler drin gemacht Und das hat mich halt fasziniert Und deshalb Skype angefragt Und dann Keinen Plan Warte mal Ich lock mich Lock mich mal in meinen alten Account ein Dann kann ich mal schauen Das könnte ja eigentlich sein Ja, ja Wir haben ja Zeit Wir haben ja Zeit Hier ist ja kein Problem Ist ja nicht so, dass hier jemand das anschauen würde Und sich da jetzt gerade aufregt Nein, also Du hast mir geschrieben Es gibt gar nicht, aber du hast mir irgendwas geschrieben Dass du irgendein Video Ja, genau, das Xbox von mir Xbox Blacklist voll gefeiert hast Oder cool von es Dann hab ich ja jetzt weggeschrieben Danke, bla 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 Dann kam von dir die supergeile Bemerkung Dass ich keine Rechtschreibfehler in meinem Äh Meine PS hatte Selbstverständlich ist Ich kenne das schon wirklich ein paar YouTuber Die, wo ich sie darauf hingewiesen habe Na, das war Rechtschreibfehler Das Dings und so Und dann Der ist nicht Rechtschreibnazi Sondern das war wirklich grobe Fehler Und danach schreiben sie zurück Na, sorry, tut mir leid Und da sind dann fünf Fehler drin Das regt schon ein bisschen auf Ich meine So ein bisschen Grundkenntnisse der Grammatik Und der Orthographie Das würde ich schon voraussetzen Obwohl jetzt so ein, zwei Rechtschreibfehler Das ist jetzt nicht so das große Verschreiben Ja, aber wenn man jetzt dauerhaft irgendwie so Fehler Ich nerf auch dann, wenn man wirklich alles nur abkürzt Und alles Also anderen Begriffe einfach wie abkürzt Und wie Chi Chi und lauter so Zeug benutzt Weil dann deine halbe Nachricht nur aus HDL oder sowas bestehen Und nur erstmal entziffern muss, was hier überhaupt geschrieben wird HDL, hab dich lieb, na egal Auf jeden Fall Ja, dies ist die Rechtschreibjahrt Nazis in YouTube Die sind schon nicht nur in YouTube Jetzt auch auf Vor allem in möglichst vielen Foren Die Rechtschreibnazis sind da schon ein bisschen Naja, nervig Sagen wir mal so Ja, ich würde mal sagen Wir sind jetzt auf sieben Minuten Und du kannst mir noch eine Frage stellen Weil wir es die zehn Minuten voll machen müssen Weil ich grad irgendwie keine einfällt Ja, vertiere dich noch was ein Äh, was hast du denn eigentlich für die Lieblings-YouTuber? Hm, also ich schaue jetzt eigentlich zur Zeit Fast ziemlich wenig YouTube Aber definitiv ist das Meet Cack to me with what the fact Ich finde die Zen Also Serie einfach so geil Da gibt's ein Spermakochbuch Ich mein what the fact Ja, das hast du dir gleich bestellt Ja, natürlich Ich wollte mal die neue Schlagsahnenkreation ausprobieren Die danach zu meinen Sahnekuchen passt Ja, ja, ja Lecker Ansonsten schaue ich den Hipster in HD Das ist mittlerweile nur noch der Hipster oder halt in echt Stuart Ist ein ziemlich netter Typ Ja Man hat sonst halt ab und zu so Minecraft Leute wie ich will Kontrafter Alles klar Ja, alles klar Und nicht zu vergessen, AP Movie Ah ja, natürlich Das ist einer der berühmtesten YouTuber, den es hier gibt Auf YouTube Und seine 200 Millionen Abos Ja, natürlich alles meine Fake Accounts Ich glaub, ich hab mich am Anfang Tatsächlich versehentlich, das war versehentlich Selbst abonniert mit deinem anderen Account Hab's danach aber wieder gelöscht Das war Es gab bei YouTube mal den Fakt, dass er sich wirklich mit seinem eigenen Account selbst abonnieren konnte Wirklich jetzt? Ja Ein Abonnent Ein Abonnent und alle Kommentare von dir Oh mein Gott, das Video ist so geil Ja, du kommentierst mit Also kommentierst mit dem Video Erster, erster, erster Ich bin erster Und danach kommentierst du so drunter Lappen Deinem eigenen Account Wahrscheinlich bist du so oder so Erster sein, der das Video gesehen hat Ich meine, du produzierst es ja selbst Aber Ah ja, stimmt Erster Reception Naja Äh Äh So, ich würde mal sagen Jetzt dieses Video Hier mal so einfach mal an das Fragerunde hingestellt Beende das jetzt mit deinem Ich gebe dir das Schlusswort Servus Haut rein, Leute Und ganz schön beim LP-Movie vorbeischauen Beste Oder auch bei einem hitter Kommentar So, danke Also haut rein, Leute Und man zieht sich bestimmt Vielleicht auf meinem Kanal Oder beim LP-Movie mal wieder Tschö